Hier haben wir das Hotel The Palms Hotel und Spa, das ist direkt neben unserem, neben dem Rio Hotel, das Nachbarhotel, hat ein Spa mit dabei, schon was besseres, ganz ganz toll, unsere Hotelmanagerin hat gemeint, das wäre super und die haben einen super, ganz tollen Palmen und Waffen mit dabei und direkten Zugang zum Standort.